Hallo und herzlich willkommen, ich bin's, euer Kornel, wir sind zurück bei Marios Mission und wir müssen ja einmal nochmal aus dem Level raus und nochmal rein. Ich weiß, wo der Schlüssel ist, denn ich hab direkt einen Kommentar bekommen, der mich da auf etwas aufmerksam gemacht hat und ja, ich war, was soll ich sagen, ich hab mich, ich war blind, ja, ich war, ich war des Sehens nicht mächtig, könnte man sagen. Man könnte auch sagen, ich war schmächtig, aber da hätte man gelogen. Ja, also das ist noch nicht, noch, 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 ja, ähm, der Kornel macht jetzt Training, schön und gut, aber der Kornel muss jetzt auch mal so ernährungstechnisch ein wenig umdenken, das funktioniert noch nicht ganz, aber ich bin auf einem, ich bin auf einem Wege, ja, jede Legende fängt einmal an und auch diese hat angefangen, ja, also immer schön locker in der Hüfte. So, hier, diesen, diesen Trampolin-Gerät, den ganzen, hab ich einfach nie gesehen. Ich weiß auch nicht genau, warum, das ist eigentlich nicht zu übersehen. Ich bin einfach immer dran vorbeigelaufen. Ja, und hier oben ist dann auch der Schlüssel. Mit dem gehen wir kurz zurück, ab ins Schlüsselloch und fertig. Ich hab grad vor der Aufnahme ganz viel getrunken und, ja, ich stoße deswegen die ganze Zeit auf, beziehungsweise rülpse. Ich hoffe, das legt sich jetzt mal so langsam. Ein, achso, ja. Ein Shell-Lauf quasi. Achso, ich hab den, achso, das war es schon. Ja, das war relativ einfach. Ich hab den gelben On-Off-Switch nicht gesehen. Schalter. Schalter, dass man keine Stampfattacke machen kann. War, wo kann man noch eine Stampfattacke machen? Bei Super Mario 64 und auch bei, ähm, genau, New Super Mario Bros. Wii. Und, ich habe einen neuen New Super Mario Bros. Wii Hack gefunden, der wahrscheinlich im Anschluss an dieses Let's Play kommen wird. Im Anschluss an dieses Let's Play kommt ein NSM-BW Hack. Und dieser NSM-BW Hack, der, was soll ich sagen? Ich habe zumindest noch kein deutsches Let's Play dazu gefunden. Anscheinend gibt es das noch nicht. Hallo? Okay. Ich weiß nicht genau, ob es das noch nicht gibt. Vielleicht gibt es auch irgendein deutsches, äh, irgendein deutsches Projekt davon, aber man findet da immer nur die NSM-BW-Projekte, also die New Super Mario Bros. Wii U-Projekte, wenn ich da nach suche. Deswegen, mhm, ah, das ist doch jetzt doof, ey. Naja. Und das ist halt, ja, wie gesagt, das ist halt ein bisschen doof. Findet man halt nur die NSM-BW-Projekte. Äh? Achso. Ah, okay. Wie gesagt, wir spielen mit, äh, Safe States, more or less. Deswegen tut mir leid für all diejenigen, die gerne ein Projekt ohne Safe States gesehen hätten. Aber es ist einfach nicht realisierbar bei diesem Hack. Oh, komm doch. Ich, 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 ich war... Alter, dieser scheiß Bullet-Bilf-Gerät hier. Oh, Mann, oh. Okay. Ja, dankeschön. So, äh, ja, wir spielen das Ganze mit Safe States, denn das ist, äh, wie gesagt, Marius... 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 Marius Mission. Und Marius Mission hab ich halt einfach, äh, ja. Ich hab's verallt. Es tut mir leid. Alter, wie soll das denn funktionieren? Ich hoffe, ihr versteht, warum ich das mit Safe States spiele. Es ist, äh, nicht so einfach. Es ist wirklich nicht so einfach. Und... Ja. Außerdem hab ich große, 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 große Lust auf den NSM-BW-Hack. Der hat zwar nur 10 Level, aber der sieht, uh, der sieht unendlich geil aus. Wirklich. Äh, der sieht absolut... Ich hab nur ins erste Level reingeguckt, aber das erste Level war der Wahnsinn. Und... Ah. Ich hab ja letztens auch darüber geredet, dass ich gern mal so ein Grasland, äh, Hack hätte und so mit ein bisschen... Vielleicht auch mal einem schönen Grasland-Level. Ich denke, wenn wir hier den Safe States so benutzen, dass wir einfach in diesem Abteil immer wieder neu anfangen, dann ist das doch auch ein guter Kompromiss. Ich weiß nicht, wie man hier überleben soll. So, wow. Uff. Das ist wirklich nicht so... Ein... Ah. Einfach hier mit diesen ganzen Bullet-Pilz. Ich würd gerne den Pilz hier mal behalten, aber ich weiß nicht genau wie. Ah, siehste. Ist zum Kotzen. Ich... Ich... Da hätt' ich ihn sogar behalten können, aber ich hab' zu spät geschaltet. Oh, das ist schwierig... Das ist schwierig mit den Bullet-Pilz. Ach, komm schon. Hättest du ruhig mal drauf springen können, Mario, und einfach dann von da aus abspringen. Ich hoffe... Ich hoffe, es ist wirklich... Wie gesagt... Es tut mir leid, aber ich, äh, hab da halt einfach nicht aufgepasst, als ich den Hack ausgesucht habe. Wir hätten natürlich Marius' Story. Ich glaube, wir brauchen hier mehr. Ah, okay. Wunderbar. Man kommt doch mit einem Bullet-Pilz darüber. Ja, gut, kommt man tatsächlich. Aber... Naja. Ist auch egal. So. Äh, in welche Richtung geht das Laufband? In die Richtung. Und... Der Hack sieht sehr vielversprechend aus. Oh, Scrolling-Part. Ey, fuck, fuck, fuck. Ich werde den höchstwahrscheinlich hier nach, ähm, dann hochladen. Ich weiß noch nicht, wann ich den aufnehme. Ich hab' ihn momentan grad an. Ich hab' ihn heute Morgen ganz, ganz schnell nach, äh, bevor der Uni noch getestet. Weil ich einfach geil drauf war, ob der wirklich funktioniert. Weil er halt wirklich gut aussah. Und es hat funktioniert, richtig? Ja, es hat funktioniert. Es steht dem Ganzen nichts im Wege prinzipiell. Außer vielleicht mein Grabber. Das ist ja... Das alte Lied. Oh. Als hätte ich's gewusst. Ich wollte den Save-Set nur machen, damit ich irgendwie mal irgendwo sicher bin. Ja, und schwuppsdiwupps direkt mal tot. Ah. Es ist... Es regnet hier, aber es ist rutschig. Ich frag mich, wieso. Gibt's hier noch irgendwo ein Power-Up? Ich hätt' gern noch ein Power-Up. Auch, kommt schon. Ich hoffe, der Boss ist nicht ganz so schwierig. Ich meine, ich bin klein. Oh, ja. Alter. Entschuldigung. Hat einer eine Ahnung, wie dieser Boss funktionieren soll? Ja, so ungefähr nicht. Alter. Willst du mich... Ah, okay. Vielleicht muss ich auf den... springen. Okay, nein, doch nicht. Ja, okay. Jetzt mach ich einen Rewind einfach mal. Schön zu wissen, dass der Stein droppt. Hab ich ihn jetzt getroffen? Aber auch schön zu wissen, dass der Stein mich tötet. Ja, und der Stein verschwindet, wenn man nicht direkt drauf war. Das ist doch voll die Verarsche. Wow. Ich glaub, das war der erste Treffer, oder? Ach so, der Stein verschwindet einfach so nach einer Zeit. Ja, genau, Alter. Wir fahren mir doch noch mehr um die Ohren. Es ist wirklich... Oh, das ist wirklich kein einfacher Boss. Diese Bullet-Bills, die bewegen sich so kacke. Wow, wow, wow. Ey, das ist der Wahnsinn. Och, Mann. Oh, ich wollte den Stein haben. Ich wollte ihn... Oh, der wirft mir dann direkt noch einen Stein hin. Wie oft muss ich den denn treffen? Gibt's irgendwo eine Anzeige? Das gibt es nicht. Oh, Mann. Ich sollte einfach... Oh, regt der mich auf, ey. Ja, schickt mir doch drei von diesen Pinökeln hier hin. Och, wie soll ich denn so schnell einen Stein aufheben? Oh, nervt mich der Boss. Der ist wirklich kacke. Ohne Spaß. Ja, da komm ich dann nicht dran. Au, Mann. Oh, ach ja. Ach ja. Ich hasse Bullet-Bills. Da hab ich das schon mal erwähnt. Ich hasse sie abgrundtief. Ja, genau. Guck mal, wie die fliegen. So. Wow. Ja, wie viele willst du mir noch auf den Hals setzen? Will der mich verarschen? Ich hätt' gern Stein. Dankeschön. Und Treff. Dankeschön. Oh, es ist auch noch... Weißt du, dazu kommt ja noch, dass es... Ich weiß gar nicht, ob es rutschig ist. Wow. Das war so knapp. Der Boss nervt mich. Och, komm schon. Oh, ich weiß noch nicht mal, wie oft ich ihn bis jetzt getroffen habe. Alter. Willst du mich verkacken, Jan? Oh, ohne Spaß. Ohne Spaß, ey. Ich hab' keine Lust wieder so weit zu. Och, Mann. Willst du mich verarschen? Oh, willst du? Wieso komm' ich nicht an diesen Steinrand? Alter, Alter, ohne Spaß. Ohne Spaß, ohne Spaß. So. Alles klar. Safe State. Ich würd' den gerne... Oh, kannst du mal sch... Ach, fick dich doch. Ich will den kaputt machen, Mann. Wie... Das ist doch nicht fair. Ich hab' keine Lust mehr. Das ist so... Behindert. Ohne Spaß. Ja, danke. Okay. Oh, nein. Bitte gib mir noch ein... Bitte gib mir noch ein Stein. Bitte, ich will nicht. Oh, Mann. Gib mir einen Stein. Du sollst mir den geben und nicht auf den Kopf werfen. Meine Fresse, ey. Wie oft soll ich den denn treffen? Ja, ich hab' doch jetzt... Hallo, kannst du bitte treffen, Stein? Nein, es macht keinen Spaß. Es macht einfach... Nein. Ja, okay. Oh, Mann. Ohne Spaß, diesen Boss... Der Boss geht ohne Safe State gar nicht. Hör doch mal auf, du verfickter Buntel. Die fliegen so kacke. Was soll ich denn machen? Sonst gibt's ja auch immer zwei Steine hintereinander. Ach, bitte. Bitte, 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 bitte. Wer hat sich denn so einen Boss ausgedacht? Der ist so behindert. Das macht doch keinen Spaß. Willst du mich ver- Winden? Danke. 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 Oh. Ey, da bist du nass geschwitzt. Da bist du nass geschwitzt. Nach so einem Kampf, ey. On-Off-Block. Komm, machen wir noch. Gimmick-Level optimal. Gimmick-Levels gefallen mir immer sehr gut. Boah, ne. Warte mal, hä? Okay, es ist ein Level, wir müssen irgendwann wieder zurück. Wahrscheinlich. Okay, da können wir auch nicht in die Röhre rein. Ah, Spin-Jump. Uh, das war knapp. Da war ich schon ziemlich tief in der Lava drin, fand ich. Fand ich so persönlich. So, rechts geht's nicht lang. Ah, okay. Wie komm ich denn hier wieder hoch? Hä? Hä? Ah, okay. Das macht Sinn. Das macht natürlich nur Sinn, wenn man dann vorher nicht den... Ach so, wir sind hier. Ach so, ich muss... Ah, ich muss da her. Hä? No, ich hab was falsch gemacht. Okay, wir müssen nochmal zurück. Also. Wir müssen hier runter, den On-Off-Switch drücken. Nee, den müssen wir nicht drücken. Gut, dass ich so gut kann. Ah, man muss den nur drücken wegen dem... Wegen der Yoshi-Coin. Ah, ich bin so blöd, wo? Ich bin... Mir hat man so ins Hirn geschissen. Das ist der Wahnsinn. So, drauf da. Dann laufen wir los. Machen wir hier mal ein Save. Dann kann man im Prinzip ja den On-Off-Switch betätigen. Sich die Sterne entzuholen. Den nochmal betätigen. Durchlaufen. Und dann hat man alles und kommt hier in die Röhre rein. Gut. Das haben wir ja wahrscheinlich nicht viel. Beziehungsweise. Och, nee. Das kennen wir doch aus. Luigi's Story. Oh, willst du mich verarschen? Okay, wir machen am besten ein Save-State hier vorne hin. Und dann, äh... Save-State-Action. Okay, okay. Äh... Nein, 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 nein! Nein, das macht doch keinen Sinn. Ah, das ist so dumm. Ich komme da dann... Okay, wir müssen jetzt nochmal... Nein, da darfst... Ja. Nein! Oh, das ist wirklich nicht einfach. Okay. Alter, hü? Okay. Es ist gerade... So eine krasse Konzentrationsfrage einfach. Oh, weil du... Da musst du einfach daran denken. Nein, du solltest nochmal zurück. Das ist natürlich Schwachsinn, weil ich da... Nein, das ist... Oh. Okay. Ja, jetzt ist es so langsam... Ah, okay, ist vorbei. Ist vorbei, ist vorbei, ist vorbei. Wisst ihr, die Montys? Ich dachte früher immer... Ich... Das irritiert mich jedes Mal, die Montys, weil ich die... Das kann ich euch nicht erklären. Das müsste... Ja, das kann ich euch nicht erklären. Okay. Dann... Und auf Switch gedrückt, wieder rüber. Das Lava-Level... Gefällt mir tatsächlich. Die... Die Deskars-Fone hat mir auch gefallen, aber... Aber der Boss... Oh, der Boss hat einfach alles überschattet. Er hat einfach komplett alles überschattet. Der war so... Ekelig. Darum ist ein... Ist ein Secret Exit. Ich frage mich gerade, warum das da ist. Weiß ich nicht. Wie bekommen wir an das Secret Exit? Das ist... Eine gute Frage. Ich weiß wie. Ja, machen wir jetzt auch noch eben. Das ist ärgerlich. Ärgerlich, 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 ärgerlich. Wir hatten ja... Mich nervt das gerade ein bisschen mit den Save-States und so. Ich... Tatsächlich nervt mich das ein bisschen beim Spielen. Ich hab's echt genossen, auch mal was ohne Save-States zu spielen. Aber ja, das... Das ist halt jetzt ein bisschen schade, weil ich halt eigentlich den anderen Hack spielen wollte. Und nicht diesen hier. Aber jetzt... Ja, was soll ich machen jetzt? Jetzt sind wir... Haben wir ihn halt. Jetzt haben wir ihn halt an der Backe. Und auch einen ungeliebten Freund. Muss man lieben. Oder irgendwie so. Das macht keinen Sinn, aber ist egal. Hier müsste dann das Secret Exit sein. Dann kommt da jetzt auch noch mal so ein Monty Maulwurf. Oh, ich hab's mir fast gedacht. Ich habe es mir fast gedacht. Achso. Ich hab nur auf meins oben geachtet. Oh, da komm ich nicht mit, Alter. Das ist... Das ist für meinen Kopf zu viel. Das ist... Das ist ja voll schwierig. So, hier mal ein Save machen. Und dann geht das los. Okay, und zack, und zack, und... Achso. Wie soll das denn funktionieren? Okay, okay. Oh. Ich hab keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Hier kann ich ihn natürlich rüberbringen. Hier auch, hier auch. Hier muss ich dann wieder zurück. Aber wie komm ich... Achso. Hm, okay. Ich hab ne, ja. Ja, okay. Also hier rüber, hier rüber, hier. Oh, komm schon. Darüber, 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 darüber. Und... Nein! Es war perfekt. Es war... Oh, hä? Habt ihr das gesehen? Ich bin da voll in die Wand reingeblitscht. Ach, komm schon. Da kannst du auch einfach mal einen Schritt schneller gehen. Alter, ne, das ohne Save Sales. Oh, ohne Spaß. Das kannst du ja nicht bringen. Das ist schwierig. Ich kann das nur aus dem Augenwinkel... Ich kann das nur aus dem Augenwinkel beobachten, was der da unten macht. Und kann nur aus dem Augenwinkel... Ich kann einfach nach Gefühl springen, weißt du? Die On-Off-Switches, die kann ich einfach nur nach Gefühl drücken. Weil du... Ich kann da nicht oben und unten drauf achten. Weil ich muss ja auch gucken, wo ich hinspringe. Und so eine Scheiße. Oh, und jetzt ist ja auch noch ein Wasserlevel. Das will doch niemand spielen. Warum... Warum programmiert man ein Wasserlevel? Keine Ahnung. Ist auch egal. Wir sehen uns im nächsten Partie da, würde ich sagen. Bis dann und schaut. Tschüss, euer Korne. Tschüss, euer Korne.